Wir stehen am Beginn einer Revolution. Es ist ein uniebter Produkt in einem großen Markt. 10x mehr Gewährung als eine standarde Preis-Komparison-Side. Dripurbel ist die neue Art Hotels zu buchen. Damit profitieren Reisende direkt von nachträglichen Preissenkungen im Markt. Konkret funktioniert das so. Du gehst auf www.dripurbel.com, gibst deine Suche ein, danach einfach passende Hotels in eine Art Favoritenliste speichern. Hat man das perfekte Hotel gefunden, bucht man es und sichert sich damit den aktuell besten Preis. Tripurbel sucht jeden Tag zwischen Buchen und Check-in nach besseren Preisen. Wenn zum Beispiel der Preis deiner gebuchteten Hotels sinkt, wird die alte Tarife storniert, die neue gebucht und die Differenz zurück überwiesen. Oder sogar besser, wenn ein teures Hotel aus deiner Favoritenliste plötzlich günstiger wird, kann man sich diesem Upgrade mit einem Klick sichern. Eine Studie von Google hat uns auf diese Idee gebracht. Sie besagt, dass ein Reisender 24 Tage braucht, um ein Hotel zu buchen. Interessant ist aber, dass nach ein paar Tagen Sie schon ein gutes Hotel gefunden haben, aber Sie buchen das nicht. Sie verbringen weitere drei Wochen, um Preise zu vergleichen, um sicherzustellen, dem besten Angebot zu bekommen. Klingt verrückt, ist aber nachvollziehbar. Die Hotelbranche von heute verfügt über moderne Systeme, die Hotelpreise jeden Tag optimieren. Analysen zeigen, dass 8 von 10 Hotels ihre Preise ändern, und zwar innerhalb der letzten 30 Tage vor der Anreise. Vergleichsportale wie Trivago sind nicht in der Lage, diese neue Preisdynamik für die Verbraucher nützlich zu machen. Sie zeigen nur den besten Preis, der im Moment der Suche aktuell ist. Das heißt, sie machen eine Momentaufnahme der Preislage, wie ein Foto. Triprevo dagegen nimmt den Markt wie ein Film auf. Sinkt der Preis nach der Buchung, wird automatisch auf das neue Angebot umgebucht. So können wir nicht nur 2%, sondern bis zu 20% für unsere Kunden sparen. Wir finden aktuell eine bessere Rate in etwa 1-3 von all Bookings. Wir testen die Veränderungen durch den Algorithmus und wissen, dass wir die Erfolgskraft um über 80% zu erhöhen. Saving Geld alleine ist nicht genug. Wir lieben es, es zu erinnern. Das ist deshalb eine Funktion, die die Reise zu verändern, die Teil der Geld, die sie bezahlen, zu Menschen ohne ein Haus. Die Verbraucher lieben Triprevo. Seit Einführung ist das Buchungsvolumen um 147% pro Quartal auf 130.000 Euro gestiegen. Interessant ist auch, dass schon 53% unserer Besucher aus dem Ausland kommen. Das heißt, wir agieren in ein globales Markt, der 177 Milliarden Euro wert ist. Aber was auch macht uns stolz, ist, dass wir uns selbst in den Journalisten sehen, wie die New York Times oder die Wall Street Journal. Oder zu sein, als Best Startup 2015, bei der Europäischen Kommission. Wir arbeiten mit einem der größten Hotel Providers in der Welt, um uns zu offeren mehr als 200.000 Hotels durch unsere Plattform. Aber wir werden nicht da, wir planen zu erhöhen und zu erhöhen, 300.000 Hotels zu erhöhen. Um das alles zu lösen, haben wir ein sehr einfaches Geschäftsmodell. Für alle Hotels solden auf unserer Website, wir haben eine Kommission von der Hotel Provider. Die Mittel unserer ersten Finanzierungsrunde haben uns sehr weit gebracht. Jetzt, in unserer zweiten Runde, werden wir weiterhin in unsere Kerntechnologie investieren. Aber der Fokus wird sein, TripRevo bekannter zu machen. Deswegen freuen wir uns, neben erfolgreichen Business Angels wie Lutz Bittke, den Startup Accelerator von ProSiebenSat.1 für uns als Investor gewonnen zu haben. Der ProSiebenSat.1 Accelerator ist ein Startup-Förderprogramm. Wir geben ausgewählten Startups die Möglichkeit, bei uns Coaching und Mentoring zu bekommen. Die bekommen 25.000 Euro Cash und eine halbe Million Euro TV-Werbebudget. Die Kooperation mit der ProSiebenSat.1 Media Group wird TripRevo das erste Mal erlauben, Anfang des Jahres 2016 einen eigenen TV-Spot zu schalten. Wir helfen dem Team jetzt, den TV-Spot zu produzieren, die Mediaplanung umzusetzen und werden die Werbung dann auf unseren Sendern hauptsächlich ProSiebenSat.1 ausstrahlen und wollen damit ein Millionenpublikum erreichen und sehen, wie die Buchungen durch die Decke gehen. Wir, die Altgesellschafter, haben uns bereits entschlossen, ein Drittel der benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. Und wir suchen jetzt weitere Mitinvestoren, die den restlichen Betrag aufbringen. Wir glauben, dass jetzt für die Kompanisten der richtige Zeitpunkt ist, in TripRevo zu investieren, weil es vor der Ausstrahlung der ersten TV-Kampagne sein wird. Der Bekanntheitsgrad von TripRevo wird natürlich nach dem Ausstrahlen deutlich höher werden. Ich bin überzeugt, dass wir am Anfang einer Revolution stehen. Unsere Vision ist, TripRevo zu einer Art Personal Shopper für Reiseprodukte zu machen. Das heißt, Reisende müssen nicht mehr stundenlang suchen. Sie erzählen uns einfach, was sie wollen. TripRevo geht auf die Suche und kauft das richtige Produkt zum richtigen Moment. Dieser Trend wird alles im Bereich E-Commerce ändern. Hier bietet sich eine echte Chance zu investieren. Wir haben ein einzigartiges Produkt, einen riesigen Markt und das fantastische Potenzial von TripRevo. Liebe Kompanisten, ergreift diese Chance und werde Teil der Revolution im Reisemarkt.